herzlich willkommen zu einem neuen shop video ich hoffe dass es heute direkt beim ersten versuch flüssig läuft und ihr vernünftiges bild habt ja ich würde mich auf jeden fall riesig über ein abo freuen und eine wertung auf dem video und teilt gerne auch den kanal mit euren freunden damit die hier auch auf den kanal finden ich würde sagen wir schauen uns jetzt die den shop an ganz links würde ich sagen da gehen wir mit dem steinherz skin von gestern ist ein als das kind kann man sich auf jeden fall kaufen die flügel hinten sehen auch ziemlich nice aus ist auf jeden fall deutlich besser als der mensch ist genügend finde dazu die herz schmerz spitzhacken ebenfalls ziemlich nice aussehen und den wie eine statue mode immer passen zu einem steinigen statue artigen schlichte mode 200 wie wachs ist auch nicht teuer dann haben wir jetzt im nächsten slot dass er keine künste set und hier gibt es einen stil und zwar im prinzip den dunklen den den feuerstil auch beim backpack sieht ziemlich cool aus deutlich besser eigentlich als die normale variante wobei die normale variante schön ziemlich cool aussieht also in der zweiten variante sieht das noch mal richtig cool aus gefällt mir auf jeden fall dann die weibliche variante alles klar also die weibliche variante hat auch einen weiteren stil bekommen diese idee als richtig aussehen nicht wie eine zauberin sondern eher wie so eine hexe eine böse hexe sieht auf jeden fall nice aus auch das backpack müsste leuchten genau sieht ziemlich cool aus dazu gibt es noch zu zauber macht spitzhacken die jetzt auch ein weiteres stil hat der auch wirklich wirklich cool aussieht gefällt mir wirklich das sound ist auch nice und als letzt gibt es dann noch magische schwingen die aber leider kein stil hat natürlich das was ich von dem setup bekommt kein zweit weiteren stil schade auch kann man mal nichts machen dann habe ich hier das uro burset hier die als ich spitzhack und über ein auge sieht ziemlich strange aus mit über ein auge drauf ist schon ganz nett spitzhack wobei sie jetzt auch nichts besonderes ist dann haben wir den lace skin hinten mit den bärchen also schön fackelt wenn man sich bewegt ja das kind an sich ist jetzt auch nicht also besonders viel tausend von tüberg skin hätte ich da teilweise etwas mehr erwartet dann gibt es noch den paradox skin hier haben zu einer riesigen gold kette und hinten so eine truhe im prinzip drauf und man kann ja gar nicht das gesicht denn weil es komplett verdeckt ist ist besser als die variante aber jetzt auch nichts als spezielles dann gibt es noch den equilibrium gleiter der im prinzip im standard gleiter ist wohl nur und hier etwas modifiziert wurde also aber immer davon nur von grund größtes stand gleiter ist aber sonst dann nichts genauso und das zu 500 wie box ist auf jeden fall ein heiß dann haben wir noch lahm kadabra im mode da glaube ich auch schon lange nicht mehr im shop da ist der mod dann gibt es die gold gräber spitzhackern schneiden den sound sie auch ganz nice aus kann sich definitiv kaufen dann der lektor zum mode super coole musik heißen rufs dann der überlebenskünstler ist auch nichts allzu besonderes also ich hätte nie als grün skin eingestuft deshalb eher nicht empfehlenswert dann der jongleiter der sonst schön aufklapp effekt hat ist glaube ich auch nicht allzu groß also geht nur von größer wobei er doch schon zu den größeren gleitern gehört allerdings glaube ich müsste es noch einigermaßen gehen als letztes haben wir noch die dschungelspeeren auch ein ganz netter skin 800 wie box dafür sind in ordnung das war es jetzt mit dem shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao